Hi Leute, Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute spielen wir Fortnite und zwar ist das erste richtige Video mit Autos. Und ich spiele Teams, weil ich noch eine Aufgabe machen muss. Und zwar muss ich Teammitglieder, also ich muss Teammitglieder rebooten. Und ähm... Ja, hier warte. Warte noch kurz, ich muss das auch mal kurz machen, sonst... Dann füge ich jetzt gleich auf. Ich rieche wieder Scheißstein auf. Ja, ich muss halt noch ein Teammitglieder wiederholen, also rebooten. Damit ich halt die Aufgabe bekomme. Und zwar dieses Video wird in drei Teilen unterteilt. Und zwar einmal in... Also einmal eine Datei. Ähm, ich bin Datei, ähm, ich werde... Also der erste Teil ist halt mein Kanal, so... Weil ich hab halt am Mittwoch halt wieder Schule. Und der zweite Teil ist, ähm, ich geh halt, ähm... Ja, ich hab auch grad ein WLAN-Problem, wie ihr seht. Das hängt nur daran, weil, ähm, mein... Weil ProDuel... Lies aber auch nicht, ähm, wie lief ich gerade. Und dann liegt alles daran, nicht was? Äh, und ähm... Oh grad, hier macht jemand krass. Schnell weg hier. Ich hasse diesen Tanz. Ich hasse den Tanz so sehr. Und zwar, ähm... Zweiter ist halt, wenn ihr in der Gruppe seid, also das... Zweiter Punkt interessiert euch nur, wenn ihr in der Gruppe seid. Und der dritte Teil interessiert sich für Story-Spieler. Wer gerne Story spielt, äh... Ach so, ich hab da packiert. Woops. Hoffentlich finden wir direkt ein richtig geiles Auto. Und, ähm... Ja. Ja, also, ähm, wie ich ja gerade schon mal gesagt hab, ich hab hier halt am Mittwoch... Diesen Mittwoch hab ich halt wieder Schule. Ich glaub, da steht sogar ein richtig geiles Auto. Ja, da steht ein Weibrecht. Geil. Also, ich hab am Mittwoch wieder Schule, und deswegen wird... Ich glaub... Alter, als ob dein Lama gefunden hat. Als ob. Es gibt halt auch so Autos... Also, Leute, die noch nicht wissen warum... Es gibt hier Autos, es gibt so Autos, es gibt so Autos... Es gibt halt hier LKW. Das ist ja jetzt. Ich kann nämlich hier nicht reinsetzen. Und ich fahre halt einfach los. Geil. Und in den Autos kann man halt auch Schaden verfügen. Die ist ein Bezinkernister. Damit muss man sich nicht zur Tankstelle fahren. Lass mal auftanken. Und... 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 nicht mehr... Ich hab nicht gewusst. Es gibt ein... Wagen... In der Autos haben können. Und das... Äh... Ey. Mein Name. Mein Mr. Lama. Er macht das kaputt, mein Ma... Ey, es ist mein Lama. Es war mein Lama. Sie hat mich Mr. Lama getötet. Er hat mich Mr. Lama getötet etwa. Egal. Egal. Ähm. Ja. Ihr seht, wie ich hier frei zurückkomme. Warte kurz. Ich muss noch etwas einstellen. Und zwar... Muss ich kurz... Audio... Ja. Ich habe jetzt ausgestellt, dass ich ein Copyright-Musik bekomme. Ich bin eine Party Royale, weil ich halt... Ich bin halt kein Content Creator, aber ich bin halt... Also ich bin halt eine Miete, weil ich will halt den Copyright bekommen, weil ich auch Beatbox und Copyright ist zum Beispiel ein Pickup, wo ihr halt dann auch... Gelände gefahren könnt, gut. Der dann gelandet. Er ist geliebt, really. Und ich habe halt keine Waffe. Ich habe halt nur so eine... Blöde Pispel. Das ist... Vielleicht... Kann ich ja vielleicht gleich noch irgendwo ein... Oh... Das ist ein Gegner. Ich sollte mich wüpfen. Da wurde die WG geholt. Ich bin merkt, dass... Ich bin weg. Ich bin weg zu gehen. Ich bin weg zu gehen. Ich werde also Boost benutzen, der Preis. Ich habe aber auch das einzige Deutsche, auf dem wir Boost benutzen können. Ich bin weg zu gehen. Ich bin weg zu gehen! Ich bin weg zu gehen. Ja! ich muss der fanat farm alles selber regeln wo er ist okay ach so der ist aus dem auto gesprungen so komm jetzt werden oder moment bitte rein mein herr mein herr hätte ihn verwecken lassen und hier ich habe vorne habe ich eine waffe gesehen hier gefällt auch so autos ich muss jetzt gleich ich habe vor Ort war zum abruf wir hatten wir auch das hat die Probleme er pflegt erst mal ich kenne ich bin 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 unter die Ziel das machen so habe ich mein bleich hingestellt so habe ich mich nicht so gut der oma nein bleib hier was der da ist weil du nicht weil gleich da unten jetzt bist du selber schuld ja wenn er mich wenn er nicht mitkommen will ok das war ein bisschen 40 komisch kommen wir werden jetzt so verrecken in der sohn ich sag's dir ich gehe jetzt sofort gleich ich habe mir erst den herr lamer und dann bringt er sich zweimal rum ich habe ihn umgebracht er wird es ja jetzt hat mich da war ja den Murat hittig hier die gängigen gelandet so wenn ihr einfach Prozent es gibt einen geimpflich hierbei es bleibt Trax und so kann ich euch machen das gilt mit ihrem jahr in ihren kippen das gleiche ich bin aber in der Welt ein schöner zu sagen soll wegen dem verrecken wir ja können wir auch nie wenn wir auch ich in der Welt hat jetzt wegen dem Halt, verrecken einfach nur. Er stirbt. Okay, er lässt sich sterben. Okay, ich bin weg. Ich kann ihm nicht helfen. Aber er hat die Kraft gehalten. Ui. Ah, ich bin so ungut. Ich kann da jetzt nicht reingehen. Ich kann es einfach nicht. Weißt du was? Ich geh jetzt einfach seine Karte holen. Weil ich... Ich geh jetzt da einfach rein. Nur seine Karte holen. Sag was raus. Ich geh da jetzt hin von seine Karte und geh direkt weg. Los geh, das mach ich alles nur für dich. So. Noch das nehmen. Noch Medikit nehmen. Halt. Halt. So, ne. Die Minis sind jetzt grad scheißegal. Das... Dank auch. So. Äh... Die nächste Spawnpunkt ist erst der Autority V. Ja, okay, ich hole dich da wieder. Versuch recht. Bradi. Oh, ne, 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 ne. Ja, ich geh jetzt nicht schwer jetzt aufkratzen. Äh, ja, ich komm gleich zu 2 übrigens. Ich muss erstmal hier... den Scheiß-Novgen holen. Okay, das ist nicht scheiße, aber... der schon. Ich bin kein Novgen-Mobber, aber... der war lost. der Gegner. Der Gegner. Also, er. Ich wollte ihn ein... Ich muss ihn wiederholen, dann kann ich lieben. Oder... ich hole ihn hier wieder. Hier... warte keiner. Ja, runter. Die sterb ich hier nicht. Ja, ich bin hier schon... Ne, weißt du was? Das geht nicht. Ich hole ihn wieder. Ich hole ihn wieder. Ich hole... Ich hole ihn nicht. Ich hole ihn nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, wieder. Bevor ich sterbe. Ich bin hier so... So, ich mache jetzt nämlich... die Tour Hits. Feiertig. Und, ähm... Und das möchte ich natürlich nicht... An den Gegnern ganz schnell vorbei. Ganz schnell aber... Ich könnte mir den Lastkraftwagen fahren. Ich könnte mir den LKW rumholen. Ruhig willkommen. Ne. Ist es mir zu weit. So noch 229 Meter bis zum Bus. Bis zum Wiespornbus. Oder? Ja, auch ein bisschen näher. So ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen meine Markierung halt. So ein paar 90 Meter. Also ein sehr guter Auto. Los. Ja, rechte von mir ein Auto. Egal wie die. Die haben mich jetzt aber nicht bemerkt. Äh, doch. Oder? Ich habe... Ich habe mich einfach der LKW gefreut. Natürlich Gegner... So ein bisschen ... Okay, okay, okay! Ich bin gleich ger 바 aspett von! 没 Euhm. gehint an die wand ich mache ich alles für den ausgebildeten ausgebilden das müsste ich jetzt gleich ja hier bekommt okay ich habe nicht mit meinem herren der jetzt abkalt so er weg da der scheiße die jubel ist nicht nur noch mal kurz ganz schnell sein die mich hat die Stadt die Schmuckablau Wo? Was ist das? Hey, wo ist das? Ich will gar nicht viel tun. Egal! Level 4. Ähm, ich will es ja zu kurz hier. Und zwar hier. Geh los. Okay. Es war... Ach, dann löse ich euch ja das Midi. Eine Speere. Ganz schön. Nee. Ja. Warte, jetzt sind es halt nur noch vier. Oder sind zwei, zwei. Nee, sind sechs Leute noch. Halte nur. Warum pusht der denn? Ach so, er geht in den Busch rein. Okay, ich bin mit meinem Feld drin. Ich habe mal jemand auf dem Not... Oh. Okay, I used to jump. Okay, no problem. Und wieder wieder. Ja, hä. Er pusht, oder? Ja, er pusht, scheiße. Ich geh weg. Ich bin weg. D. Ich bin weg. D. Sind nur noch... Zwei Leute. Warte. Ja mon, voll einfach das rein. Das Jumped hat doch geused, du... Lutsch. Barsch mal kurz. Ich will auch versuchen. Ja, wenn das geht, bin ich... Pro, nicht mein... ...Aufgabe. schade sagt mir nicht die kämpfe im sturm ok ich habe mich und die haben natürlich ich habe einen rocket halt deine maus ok einer einer noch eine person noch und oh danke schön vielen dank dass du mir so guten blut gibt das war ja nicht nötig gewesen und so viel met was liegt hier hier liegt die tommy gun wo ist der grappler ja ich habe ich habe zwei okay so jetzt noch das medien nehmen ich meine bing die eine runde eine runde laufen ich glaube er ist bei dem so ich gehe jetzt gleich auch pushen gehen los geht es hin ey was macht er denn ok also warte ich nehme ihn einfach nochmal die scar ja komm her warte hallo 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 herrn wo denn da wo die die er hat den rt bekommen oh scheiße ich bin ja gar nicht zu den sachen bekommen oh man so leute was ich noch sagen wollte und zwar ich bin also ähm es tut mir leid wenn ihr in der gruppe seid wegen dem training weil ich ja immer ein paar trainings mache in der gruppe und ähm ja bei mir ist es halt so ich habe gerade was anderes zu tun deswegen werden jetzt noch zwei wochen keine trainings bekommen tut mir leid wenn sie in der gruppe sind und das letzte ich arbeite an einer neuen story und zwar werde ich die jetzt gleich am ende noch einblenden ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag und hoffentlich hat euch das gefallen und tschüss bis zum nächsten Mal